Hast du bereits von Tantra gehört, aber du weißt nicht, was es ist? Oder bist du schon in diese wundervolle Welt eingetaucht und möchtest deine Erfahrungen noch vertiefen? Dann laden wir dich herzlich ein zu unserem Tantra-Wochenende. Vom 17. bis 19. Februar kannst du eintauchen in diese wundervolle Welt. Du kannst deine Sinnlichkeit erforschen und liebevolle Präsenz erleben. Das Ganze veranstalten wir im Landhaus Gottsdorf, ungefähr eine Stunde südlich von Berlin. Und wir werden verschiedene Verkörperungspraktiken, Meditationen, Atemtechniken, Teilen im Kreis und Authentic Relating unter anderem nutzen, um einen liebevollen, nährenden Raum zu erschaffen, in dem du dich selber noch viel mehr kennenlernen kannst und auch mit anderen Menschen wirklich verbindest. Ja, wir nutzen verschiedene Techniken und tauchen tiefer ein in diese Welt. Zum Beispiel lernen wir die Shiva- und Shakti-Energien, das männliche und weibliche Prinzip besser kennen. Wir tauchen ein in die Berührung im Konsens und erforschen unsere eigenen Grenzen. Ebenso machen wir ein wundervolles, göttliches Verehrungsritual und eine sinnliche Tempelnacht. Abschließend werden wir nochmal so richtig eintauchen in die verschiedenen Energien, die in uns sind, wie wir sie erhöhen können in uns selbst und mit unserem Partner zusammen im Energetic Lovemaking. Wenn das sich toll anhört für dich und du richtig Lust hast, dabei zu sein, dann freuen wir uns auf dich. Wir sehen uns am 17. bis 19. Februar im Landhaus Gottsdorf. Bis dann, alles Liebe, Jenny.